Oh mein Gott Das war jetzt ein bisschen Munitionsverschwendung Das war jetzt ein bisschen Munitionsverschwendung Munitionsverschwendung Ein Fels in der Brandung Nicht Weiß jetzt natürlich nicht ob er alleine war Das checke ich jetzt mal kurz Ich glaube er schon aber Wir warten mal Und Vlado du weißt ganz genau wie ich zu dieser Map stehe Eher negativ Söber 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Rüstung Messer 25 Switchblade Das sind zwei von drei Leg dich hin 62er M1A 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 Das hier und das. Okay. Dann können wir los. Ich habe auch tatsächlich gedacht, ich gehe drauf. Ich glaube, als spätestens der dritte von der einen Gruppe noch kam, habe ich gedacht, jetzt ist es vorbei. Mimji, Kuku, Wang, CHN37. Ja, doch. Abgeschmeckt. So, zum Feierabend hin. Danke euch dafür. Das Ding ist, da hinten müssen wir auch noch lang. Ich habe gesagt, ich habe Steps irgendwo gehört. Echt jetzt. Gizmo. Nur ein bisschen hart enttäuscht. Eigentlich will ich die gar nicht mitschleppen hier, die scheiß Vierer-Armor. Dreier sogar. Nö. Ich weiß auch nicht, warum er direkt hier oben hängt. Oh, Leute. Oh, ich war das. Tag. Und zwe inning. 刻 mal auf. Und zweiter. Und zweiter. Bis dann. simplify. Gar. Auch dann in zweiter. Die Frage ist jetzt, von wo hat er Sicht auf uns? Gut, wir können doch hoffen, dass er nur rechts war. Und er uns dadurch nicht sieht. Ich überlege, geh ich hin und guck mir die Leiche an? Wahrscheinlich möchte ich große Fehler. So. 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 War das ein Spielerspiel? Das war ein ganz normaler Skaffi-Shine Oder er ist gespawnt und hatte einfach noch nichts Hier sind überall Minen Ne, die scheinen Weggemacht worden zu sein Aber es scheint noch irgendwo wer zu sein Das war ein ganz normaler Skaffi-Shine 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 Vielen Dank. 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 Nein. Ach, scheiße. Die Zeit. Die Zeit. Jetzt ist alles weg. Ach, kacke. Come on. Ich habe zwar gewusst, dass ich spät dran bin, aber ich dachte, ich habe da noch, ich habe durch die FPS, ich weiß nicht, euch ging es wahrscheinlich genauso. Ich habe durch die FPS oben rechts, ich habe durch die FPS oben rechts, ich habe durch die FPS oben rechts, ich habe durch die FPS oben rechts die Zeit nicht richtig gesehen, aber ich wollte ihn halt auch unbedingt haben, ne? Mit einem roten, mit einem roten, mit einem roten, mit einem roten, aber ich wollte nicht reinvisieren, aber ich wollte nicht reinvisieren, ich musste halt in Bewegung bleiben, ich wollte nicht reinvisieren und, ach scheiße. Aber jetzt ist er auch weg. Ist schade, da wäre es tatsächlich schöner gewesen, wenn wir noch getradet hätten irgendwie.